Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zum Zweitliga-Check. In den vergangenen Tagen haben wir einige Zweitligisten analysiert, genau drauf geschaut, wie es sich so im Laufe des Wintertransferfans entwickelt hat, was man in der Rückrunde erwarten kann. Und natürlich gibt es dazu auch nochmal meine große Abschlusstabelle, wie ich aktuell eben prognostizieren würde, welches Team auf welchem Tabellenplatz landet. Bevor wir aber das machen, blicken wir nochmal separat auf das enge Aufstiegsrennen und auch erst recht und das eben in dem heutigen Video auf diesen absolut geisteskranken Abstiegskampf in der 2. Liga. Vor dem letzten Spieltag war es sogar nochmal ein Ticken enger, aber trotzdem haben wir immer noch 10 Teams, die aktuell gegen den Abstieg kämpfen, von Platz 9 bis hin zu Platz 18. Wir haben nur 5 Punkte Differenz und innerhalb von 1, 2 Spielen könnte es wieder sein, dass wir vielleicht auch sogar den 9. auf der Bällenplatz 18 haben. Deswegen lohnt es sich eben auch, auf diese 9 Teams nochmal spezifisch draufzuschauen. Ich habe zu jeder Mannschaft mal ein paar Informationen rausgesucht. Wir werden analysieren, wie hoch die Abstiegswahrscheinlichkeit eben ist und am Ende auch nochmal darauf schauen, was ich denn denke, wer kommt in die Relegation, wer steigt direkt ab. Und ihr könnt natürlich auch mal sehr, sehr gerne eure Meinung zu diesem Wahnsinn Zweitliga-Abstiegskampf in die Kommentare schreiben. Und wir gehen jetzt rein in meine Prognose. Wie angesprochen, gehen wir jedes Team mal einzeln durch, von Tabellenplatz 9 bis hin zu Platz 18, gucken auf die aktuelle Form, auf die Transfers, die im Winter getätigt wurden und eben auch auf die mögliche Abstiegsgefahr, die ich jetzt mal unter 50%, über 50% und 50-50 eingeordnet habe, um es mal so ein bisschen einzuordnen, was ich bei den verschiedenen Mannschaften so denke. Legen wir los mit dem FC St. Pauli. Die stehen ja aktuell am besten da, wenn man das so sagen möchte, auf Tabellenplatz 9 mit 23 Punkten. Trotzdem ist natürlich klar, dass man noch mittendrin ist im Abstiegskampf. Aber die Form, die spricht durchaus für die Hamburger seit vier Spielen ungeschlagen und der Jahresauftakt ins neue Jahr war ja sehr erfolgreich. Man konnte gegen Nürnberg mit 1 zu 0 gewinnen, gegen Hannover mit 2 zu 0 gewinnen und hat damit unter dem neuen Cheftrainer Fabian Hürzeler 6 von 6 möglichen Punkten geholt. Ein bisschen zu tun hat das sicherlich auch mit den Wintertransfers. Mit Afolajan, Maurides, Metz und Saad hat man ja gleich viermal zugeschlagen. Abgegeben hat man keinen und dadurch ist der Kader auf jeden Fall nochmal besser geworden. Generell sehe ich St. Pauli jetzt nicht als klaren Abstiegskandidaten. Ich traue den Hamburgern auf jeden Fall zu, dass man sich jetzt ungefähr bei Platz 9, Platz 10 ein bisschen festbeißen wird, den Vorsprung auf die unteren Ränge vergrößert. Und deswegen schätze ich auch St. Paulis Abstiegsgefahr auf unter 50 Prozent ein. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. In die richtige Richtung geht es möglicherweise aktuell auch bei Gräuter Fürth, wobei es da ein Ticken wackeliger ist. Auch die haben 23 Punkte geholt, genauso eben wie St. Pauli und stehen damit auf Tabellenplatz 10. Sicherlich ist man damit auch aktuell mehr als zufrieden, denn der Saisonstart war ja alles andere als einfach. Im Laufe der Hinrunde gab es ja auch schon den Trainerwechsel hin zu Alexander Zorniger. Ich finde, da sieht man auf jeden Fall einen klaren Fortschritt, sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch. Trotzdem muss man durchaus aufpassen, weil auch der Start ins neue Jahr nicht ganz so einfach war. Generell hat man ja unter Zorniger wirklich gute Punkte geholt. Wir sehen ja auch bei der Formkurve letzten fünf Spiele drei Sieger, ein Remis, eine Pleite. Und diese Pleite gab es aber ja eben auch letzte Woche gegen Holstein Kiel. Und genau solche Spiele könnten natürlich dafür sorgen, dass du nicht so richtig unten rauskommst. Deswegen war es aber umso wichtiger, gegen den 1. FC Nürnberg zu gewinnen. Klar, es war das Frankenderby erst recht wichtig, da natürlich zu gewinnen. Aber vor allen Dingen war es wichtig, weil es eben gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegsrennen war, hätte man dort verloren, würde man jetzt richtig tief unten drin stecken. Auch deswegen muss man so ein bisschen aufpassen. Im Wintertransferfenster wurde, finde ich, der Kader so ein bisschen ergänzt. Jeremy Dudziak wurde abgegeben, der jetzt eh nicht die allzu größte Rolle gespielt hat. Lukas Petkoff von Augsburg ausgeliehen, ein flexibler Offensivspieler. Also es ist relativ ähnlich wie eben noch in der Hinrunde. Ich finde aber auch, dass Kreuter führt für mich auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck vermittelt. Schon seitdem Alexander Zorniger da ist. Und deswegen bin ich mir auch hier eigentlich relativ sicher, dass sie führt ähnlich wie St. Pauli, er bei Platz 9 bis 11 so ein bisschen festbeißen wird. Da sehe ich jetzt aktuell nicht, dass sie extrem unten reinrutschen. Und da könnte möglicherweise eher Eintracht Braunschweig eine Rolle spielen, die aktuell Tabellenelfter sind mit 21 Punkten. Denn dort ist natürlich eine Sache extrem interessant. Am letzten Spieltag gab es den unfassbar wichtigen Sieg gegen Heidenheim. Zuvor steckte man nämlich in der Formkrise. Wir sehen ja auch hier zwei Spiele zuvor verloren, ein Unentschieden, davor wieder verloren. Und auch davor, wenn man jetzt die Formkurve noch weiterziehen würde, waren einige nicht gewonnene Spiele mit dabei. Da taten die drei Punkte gegen Heidenheim schon richtig, richtig gut. Sonst wäre es wirklich echt weiterhin prekär geworden. In Sachen Transfers wurde ja hier auf jeden Fall einiges getan. Auf der Zugangsseite mit Kurucai wurde ein neuer Innenverteidiger geholt, mit Bonga ein neuer Offensivspieler. Linus Gechter von der Hertha ausgeliehen, auch ein Innenverteidiger. Und mit Manuel Winzheimer, Leihgabe von Nürnberg, nochmal ein flexibler Offensivspieler. Auf der anderen Seite haben wir Michael Schulz als Abgang. Also in Summe kann man sagen, der Kader ist sicherlich breiter und flexibler geworden. Auch in der Spitze sicherlich nochmal so ein Ticken besser. Für mich ist aber Eintracht Braunschweig auf jeden Fall ein klarer Abstiegskandidat. Deswegen eben auch die Abstiegsgefahr bei über 50%. Denn nicht nur aufgrund der aktuellen Form, die eben dann eher gegen Braunschweig spricht, sondern eben auch grundsätzlich von den Mannschaften, die wir so da unten drin haben, ist für mich einfach Braunschweig ein potenzieller Abstiegskandidat. Trotzdem traue ich ihnen auch zu, am Ende knapp die Klasse zu halten. Das sah ja vor allem noch zu Saisonbeginn nicht so aus. Da hat man ja wirklich gefühlt Spiel um Spiel verloren. Aber man ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Und das hat man eben auch die letzten Spieltage durchaus gesehen. Weil ja auch zum Beispiel die Pleite zum Jahresauftakt in Hamburg mit dem 2 zu 4 war jetzt kein Desaster. Auch da hat man vor allem offensiv gezeigt, dass man auch gegen so ein Spitzenteam durchaus mithalten kann. Nicht umsonst wurde ja auch der Vertrag vom Trainer Michael Schiele bis 2025 verlängert. Im Braunschweig wird gut gearbeitet und ich traue ihnen auf jeden Fall den Klassenl zu. Trotzdem wird es, glaube ich, eine sehr, sehr enge Geschichte bis zum Schluss. Hansa Rostock würde sich sicherlich gerne nicht bis zum Schluss im Abstiegskampf sehen. Dadurch, dass sie aber die letzten Spiele nicht ganz so gut gepunktet haben, ist das zumindest mal Stand jetzt die Realität. Man ist Tabellenzwölfter mit 21 Punkten, also genauso viele geholt wie Braunschweig. Und hat damit aktuell nur einen Vorsprung von zwei Punkten auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Ins neue Jahr ist man alles andere als gut gestartet. Es gab zwei Pleiten, das 0 zu 2 in Heidenheim und das 0 zu 2 gegen den Hamburger SV. Und das ist eben auch, finde ich, ganz, ganz wichtig zur Einordnung. Das waren zwei Spiele gegen zwei Top-Teams der Liga. In Heidenheim zu spielen ist eigentlich immer unglaublich schwer. Und gegen den HSV zu spielen ist halt ohnehin schwierig. Deswegen finde ich schon, dass man das so ein bisschen ausklammern sollte. An sich ist man natürlich mit Patrick Glöckner auch nicht so lange im Amt, seit Anfang November. Sprich, er hat ja jetzt auch noch gar nicht so viele Spiele. Bis eben auf die vor der Weihnachtspause, wo man eben dann den Sieg sogar noch feiern konnte. Und das war sicherlich erstmal wichtig. In Sachen Transfers hat man auch deswegen nichts geändert. Der Kader ist groß, der Kader ist gut. Und Patrick Glöckner hat natürlich jetzt vielleicht auch nochmal anderen Spielern Chancen gegeben, die vielleicht vorher so ein bisschen hinten dran hingen. Deswegen finde ich es auch vollkommen in Ordnung, dass man eben hier nicht weitere Transfers getätigt hat. Aber es ist natürlich trotzdem eine gefährliche Lage. Deswegen ist für mich die ganze Geschichte auch schwer einzuordnen. Ich bin hier wirklich bei 50-50. Rostock könnte tatsächlich bis zum Schluss so sehr unten drin stecken, dass sie halt dann mit so ein bisschen Pech doch noch vielleicht 16. werten. An sich glaube ich es nicht, weil ich auch den Kader wirklich gut finde. Ich glaube auch, dass Patrick Glöckner mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte, zu Hansa passt. Aber natürlich brauchst du eben auch in diesem engen Abstiegskampf so ein bisschen Spielglück. Muss dann vielleicht nochmal gegen solche Top-Mannschaften wie Hamburg oder Heidenheim irgendwie einen Punkt holen. Aber natürlich kann genau auch das noch im Laufe der Rückrunde kommen. Wir haben jetzt 19 Spieltage rum. Es kann auch sehr, sehr viel passieren. Trotzdem muss man sich bei Rostock sicherlich auch weiterhin vollkommen mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Abstiegskampf kennt ja Amina Bielefeld aus der Vorsaison. Da war es allerdings in der Bundesliga und jetzt ist es in der 2. Liga. Und das ist natürlich schon eine Challenge, die so eine Mannschaft erstmal meistern muss. Weil natürlich muss man sich hier erstmal vorstellen, du steigst ab, weil du in der Bundesliga einfach nicht gut genug warst. Hast aber dann eigentlich schon das Ziel, auch wieder oben mitzuspielen und kommst dann mit ähnlichen Spielern in den Abstiegskampf der 2. Liga. Das ist, glaube ich, für den Kopf alles andere als einfach. Im Laufe der Hinrunde gab es ja schon relativ früh den Trainerwechsel hin zu Daniel Scherning. Aktuell ist man Tabellen-13. mit 20 Punkten. Und da muss man auf jeden Fall eine Sache erstmal ganz klar sagen. Bei Bielefeld fehlt komplett die Konstanz. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir hatten vor Weihnachten die zwei wichtigen Siege. Unter anderem in Paderborn hat man ja dort drei Punkte holen können. Das war ganz, ganz wichtig, hier diese sechs Punkte vor der Winterpause nochmal mitzunehmen. Aber auch schon zuvor unter Scherning kam man jetzt auch nicht wirklich diesen Megaschritt weiter. Man hat vielleicht einen Ticken besser und strukturierter Fußball gespielt, als auch unter Uli Forte. Aber jetzt auch nicht zwingend die Mega-Ergebnisse geholt. Deswegen war es sicherlich auch für viele eine Enttäuschung, dass man ins neue Jahr mit dem 1-2 auf der Alm gegen Sandhausen gestartet ist. Umso wichtiger war jetzt in Regensburg der 3-1-Sieg eben auch gegen einen direkten Konkurrenten. In Sachen Transfers ist ja auch einiges passiert. Mit Kobernau hat man sich einen neuen Flügelspieler geholt. Mit Kremsel einen neuen Keeper. Mit Schepp einen jungen Angreifer. Gegangen sind da für Kapino, Czerny und Klimowitz. Also man hat auch nochmal den Kader so einen Ticken verändert. Und auch wenn natürlich der Anspruch von Amina Bielefeld niemals sein kann, in der laufenden Saison eher nach unten zu gucken und sich eher im Abstiegskampf zu orientieren, ist das die ganz klare Realität. Und aufgrund der fehlenden Konstanz, auch unter Scherning, auch in den vergangenen Wochen, muss ich einfach ganz klar sagen, die Abstiegsgefahr liegt tatsächlich bei 50-50. Bielefeld hat für mich einen Kader, der deutlich besser ist als diese Tabellenregion, der eigentlich rund um Platz 7, Platz 8 stehen müsste, war man auch eine wirklich gute Mischung hat zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Aber sie zeigen halt einfach dafür zu wenig. Jetzt hat man gegen Regensburg gewonnen, sollte eigentlich jetzt im nächsten Spiel den nächsten Schritt gehen. Aber ob das eben gelingt, ist für mich aktuell sehr schwer einzuschätzen. Es wäre nicht untypisch, wenn Bielefeld da unentschieden spielt oder verliert. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall Bielefeld weiterhin im Kampf gegen den Abstieg. Sehe jetzt zum Beispiel Mannschaften wie St. Pauli oder Fürth stärker. Und das wird auf jeden Fall noch eine Challenge für diese Bielefelder Mannschaft. Der Karlsruher SC befindet sich aktuell sicherlich eher auf dem absteigenden Ast. In der 2. Bundesliga 14. 19 Punkte geholt. Und ja, die Formtabelle spricht ganz klar gegen Karlsruhe. Der letzte Sieg ist nämlich schon im Oktober gewesen. Beim Blick auf die letzten 5 Spiele sehen wir hier auch keinen grünen Punkt. Es gab letzte Woche zumindest mal einen Punkt gegen Magdeburg. Davor die Auftaktpleite ins neue Jahr gegen Paderborn. Und auch im letzten Jahr am Ende hat man eben keine Spiele mehr gewinnen können. Und deswegen ist es bei Karlsruhe schon sehr, sehr prekär. Man hat am Kader ein bisschen was gemacht mit Budu Civi Czartse. Ich hoffe, ich habe ihn halbwegs richtig ausgesprochen. Da hat man sich nochmal einen neuen Stürmer geholt aus Ungarn. Ist er gewechselt. 28 Jahre alt. Mit Daniel Brosinski, einem ehemaligen Bundesligaspieler. War ja bei Mainz 05 Kapitän. Er war seit Sommer auf dem freien Markt. Das sind die zwei neuen Spieler. Auf der Abgangsseite haben wir vorhin noch junge Spieler mit Jakob, Boley und Arase. Ich finde, der Kader ist nicht schlechter geworden. Ob er besser geworden ist, muss man aber halt auch noch sehen. Und was halt einfach aktuell ganz klar gegen Karlsruhe spricht, ist einfach die Form und die aktuelle Verfassung. Während bei anderen Mannschaften grundsätzlich schon eher so ein bisschen mehr Euphorie herrscht, ist für mich das bei Karlsruhe schon extrem schwerfällig. Obwohl wir auch hier einen Kader haben, eine Mannschaft haben, die zumindest mal etwas souveräner im Mittelfeld der zweiten Liga stehen müsste. Klar, der Abstiegskampf ist hart, der ist eng. Da kannst du auch mal schnell reinrutschen. Wir sehen es ja mit Tabellenplatz 9. Der hat aktuell halt schon noch eher zum Abstiegskampf gehört, statt zum oberen, sicheren Tabellenmittelfeld. Aber trotzdem gehört halt Karlsruhe von dem, was sie bislang gezeigt haben, noch 19 Spielen vollkommen zurecht in diesen Abstiegskampf hinein. Für mich ist deswegen auch die Abstiegsgefahr ganz klar bei über 50%. Für mich ist nämlich eigentlich sicher, dass wir den KSC bis zum Ende der Saison unten drin sehen. Es geht wirklich nur darum, irgendwie die Klasse zu halten. Und ich glaube, das wird eine richtig harte Mission. Denn natürlich haben wir auch noch andere Mannschaften, die da unten drin hängen, wie der SV Sandhausen, die man sicherlich dort erwartet. Aber natürlich ist Sandhausen auch wiederum eine Mannschaft, die mit so einer Situation vielleicht auch mal so einen Ticken besser umgehen können, als zum Beispiel der Karlsruher SC. Sandhausen ist Tabellenfünfzehnter, hat bis hierhin 19 Punkte geholt und kann damit sicherlich auch erstmal ganz gut leben. In Sachen Form ist es relativ schwankend. Man hat jetzt am Wochenende mit 0 zu 4 gegen Darmstadt verloren. Dafür aber in der Vorwoche das extrem wichtige Duell gegen einen direkten Konkurrenten mit Arminia Bielefeld gewonnen. Und das ist natürlich dann nochmal einen Ticken mehr wert. Du kannst dann gegen die Großen, wenn man das so sagen möchte, wie gegen Darmstadt verlieren, wenn du halt erst recht gegen direkte Konkurrenten gewinnst. Und genau das ist bislang so ein bisschen, was Sandhausen wirklich gut hinbekommt. Der Kader wurde im Winter nochmal ordentlich verändert und, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, meiner Meinung nach verbessert. Wir haben mit Hamadi Al-Ghadoui nochmal einen neuen Stürmer. Den kennen wir alle sicherlich noch aus Stuttgart oder auch aus Regensburg. Das ist ein guter Mann mit sehr viel Erfahrung. Da hatte man Nachholbedarf. Mit Franck Evina von Hannover nochmal einen schnellen Flügelspieler geholt. Mit Raphael Framberger von Augsburg und Kerem Chadanuklu von Schalke. Zwei neue Außenverteidiger Pelaye, Marcel Melem von Paderborn und Timo Königsmann nochmal als weitere Möglichkeit im Kasten. Ich finde, das sind Transfers mit Hand und Fuß und auch in Sachen Abgängen mit Tribol, Suku und Schwab hat man sicherlich nichts falsch gemacht. Deswegen ist aber für mich trotzdem klar, Sandhausen ist im Abstiegskampf. Da werden sie auch bis zum Ende stehen. Auch deswegen ist für mich die Abstiegsgefahr bei über 50%. Trotzdem kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie es wieder schaffen. Also viele haben ja schon gesagt, man sieht dieses Jahr Sandhausen vielleicht nochmal einen Ticken schwächer als zuvor. Das sehe ich wirklich nicht zwingend, weil auch die Wintertransfers für mich wieder in eine richtige Richtung gehen. Ich glaube schon, dass sie das hinbekommen. Es wird eng, weil man eben nicht weiß, was die größeren Konkurrenten wie Nürnberg oder Bielefeld im Laufe der Rückrunde so machen. Weil natürlich ordnet man die vielleicht eher einen Ticken woanders ein. Aber Sandhausen hat eine gute Chance. Aber es wird eben auch hier sehr, sehr eng bis zum Schluss. Und nun reden wir mal über eine Mannschaft, die glaube ich, und ich glaube, das kann man schon wirklich so sagen, keiner vor der Saison so erwartet hat. Der ist der FC Nürnberg. Natürlich gab es einige, die vor der Saison gesagt haben, ja, im Aufstiegsrennen sehe ich die jetzt nicht zwingend. Ich persönlich bin ja davon ausgegangen, dass wir einen sehr, sehr starken FCN sehen. Habe ihn ja auch sogar im Aufstiegsrennen getippt. Ich meine sogar als Aufsteiger. Gut, da gebe ich zu, lag ich falsch. Aber ich glaube, man kann auch wirklich sagen, es hat nahezu keiner gedacht, dass Nürnberg so große Probleme hat. Denn wir haben hier eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison wirklich gut und stark gespielt hat, lange Zeit im Aufstiegsrennen dabei war und jetzt auf Tabellenplatz 16 stehend mit 19 Punkten. Und hier sehen wir auch nochmal, die 19 Punkte haben ja auch Karlsruhe Sandhausen schon geholt. Regensburg sprechen wir gleich drüber, die auch. Es ist sehr, sehr eng. Deswegen sagt der reine Tabellenplatz aktuell jetzt nicht zwingend was aus. Aber natürlich sagt es eine Sache aus. Nürnberg ist im Abstiegskampf und da kommen sie auch unter Markus Weinziel nicht so richtig raus. Auch deswegen wurden Wintertransfers getätigt und da haben wir ja wirklich einige. Mit Danny Blum und Benjamin Goller haben wir zwei neue Flügelspieler. Florian Flick wurde der gesuchte neue Sechser und mit Jannis Horn hat man auf die vielen Verletzungen reagiert und zack, hat er sich selber verletzt. Auch so ein Thema, Verletzungen Personal, was nicht für Nürnberg spricht. Mit Vindal Jensen hat man einen neuen Stammtorhüter, weil eben auch Martenia verletzt ist und mit Gustavo Puerta nochmal einen sehr, sehr interessanten Achter von Bayer Leverkusen. Mal gucken, welche Rolle er im Laufe der Rückgründe schon spielen kann. Abgänge, Manuel Winzheimer, wie vorhin schon angerissen, bei Eintracht Braunschweig. Und da muss ich wirklich sagen, transfertechnisch kann ich Nürnberg gar keinen Vorwurf machen. Die Transfers passen, die können wirklich auch auf Anhieb helfen und tun es ja auch durchaus schon. Aber trotzdem läuft es halt nicht gut. Auch ins neue Jahr ist man nicht gut gestartet. Die 0-1-Pleite gegen St. Pauli, die 0-1-Pleite gegen Greuther Fürth und natürlich tut es erst recht weh, so ein Frankenderby zu verlieren. Und das große Problem ist einfach, man macht deutlich zu wenig Tore. Defensiv wurde man unter Markus Weinzierl stabiler. Das finde ich ist auch vollkommen okay, mit Hinblick auf die ganzen Verletzungen. Aber offensiv muss da wirklich deutlich mehr kommen. Auch deswegen wird über Markus Weinzierl schon wieder so ein bisschen diskutiert. Es ist reichlich Unruhe da und das macht es wirklich so gefährlich. Und deswegen sehe ich auch Nürnberg in einer sehr, sehr kritischen Situation 50-50. Ob es am Ende reicht oder nicht, ich glaube, die müssen sich wirklich bis zum Schluss durchbeißen. Und eine ähnliche Gefahr sehe ich hier auch auf jeden Fall bei Jan Regensburg. Tabellen 17.19 Punkte geholt. Und wenn wir hier auf die Farben der aktuellen Form gucken, sieht das schon ähnlich aus wie beim Karlsruher SC. Denn auch hier bei Regensburg gab es lange Zeit keinen Sieg mehr. Drei Pleiten in Folge jetzt zum Jahresauftakt gegen Darmstadt verloren. Das kann passieren. Das ist jetzt nicht eine Katastrophe. Aber natürlich dann gegen Bielefeld als direkten Konkurrenten 1 zu 3 zu Hause zu verlieren. Das ist dann schon etwas, was es natürlich nicht einfacher macht. In Sachen Wintertransfers ist man relativ bei sich geblieben. Bei Regensburg ist es oft, dass man eher im Sommer ein bisschen was am Kader verändert. Im Winter eher weniger. Und das war auch diesmal der Fall. Jonas Urbig ist hinzugekommen. Junger Keeper vom 1. FC Köln. Hat er jetzt auch direkt mal gespielt. Ansonsten hat man nichts verändert. Und da frage ich mich dann so ein bisschen, reicht das wirklich aus? Im Vergleich zu den anderen Konkurrenten mit der aktuellen Form, um in dieser Liga zu bleiben. Ich sehe Regensburg auf jeden Fall sehr kritisch im Laufe der Rückrunde neben dem Karlsruher SC. Für mich die Mannschaften, auf die man am negativsten aktuell blicken sollte. Weil man eben auch dort die letzten Spieltage relativ wenig gesehen hat. Für mich Regensburg ein ganz klarer Abstiegskandidat. Und nun blicken wir auf den Tabellen 18. Und das ist ja aktuell der 1. FC Magdeburg. 18 Punkte geholt nach 18 Spielen ist sogar an sich eine Ausbeute, die erstmal okay ist. Wenn du eben dann nochmal so einen Ticken mehr holst an Punkten, dann kann das durchaus reichen. Klingt komisch, wenn man aktuell 18. ist, ist aber halt so. Klar, auch hier ist die Formkurve alles andere als optimal. Der letzte Sieg stammt aus Ende Oktober, Anfang November müsste das gewesen sein. Danach gab es drei Pleiten. Jetzt zumindest mal das 1 zu 1 gegen Karlsruhe. Natürlich war das auch so ein Spiel, wo du vielleicht auch zu Hause nochmal so einen Ticken mehr machen musst und geben musst. Aber gut. In Sachen Transfers hat man für mich ganz gute Entscheidungen getroffen. Mit Daniel Heber einen neuen Innenverteidiger geholt von Essen, der auch direkt gespielt hat. Mit Maximilian Ullmann, einem sehr erfahrenen linken Verteidiger. Super Transfer. Und mit Lukas Tainios nochmal einen neuen Stürmer. Da hat man ja Nachholbedarf. Und wenn das denn alles funktioniert, glaube ich, passt das gut zusammen. In Sachen Abgänge haben wir Irma Bejas von VfB Stuttgart, der ohnehin keine große Rolle gespielt hat. Deswegen ist für mich aber trotzdem klar, die Abstiegsgefahr liegt bei über 50%. Magdeburg hat es sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch, dass sie bis zum 34. Spieltag kämpfen müssen. Ich glaube aber auch wiederum, dass sie es durchaus schaffen können, weil der Kader schon auch irgendwie eine gute Symbiose hat zwischen Jung und Alt, zwischen fußballerischer Klasse, aber eben auch diesen typischen Zweitligatugenden mit Christian Titz. Einen sehr, sehr guten Trainer, von dem ich auf jeden Fall überzeugt bin. Und wenn man das dann alles im Gesamtkonstrukt hinbekommt, eben dann auch mal solche Spiele wie gegen Karlsruhe Widerschaft zu gewinnen, dann hat man auf jeden Fall die Chance, die Klasse zu halten. Auch wenn es vielleicht am Ende über die Relegation getan werden muss. 10 Teams analysiert und nun nochmal, ihr seht schon meine Prognose, was ich denn aktuell denke. Wer wird 16. Wer wird 17. Und wer wird 18. Ihr seht, ich sehe wie vorhin angerissen, Magdeburg stand hier und heute in der Relegation und als direkter Absteiger, ob jetzt 17 oder 18, Karlsruhe SC und den Jahn aus Regensburg. Und ich kann vielleicht auch nochmal ganz kurz begründen, warum. Erstmal glaube ich grundsätzlich, dass wir Mannschaften wie Fürth und St. Pauli nicht bis zum Ende der Saison im Abstiegskampf sehen. Bei Arminia Bielefeld und Hansa Rostock fällt es mir aktuell so ein bisschen schwer, das Ganze einzuordnen. Ansonsten ist für mich Eintracht Braunschweig, der Karlsruher SC, Sandhausen, Regensburg, Magdeburg und auch aktuell Nürnberg ganz klar bis zum Schluss unten mit dabei. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr eng wird. Also wir werden glaube ich nicht einen 18. haben, der irgendwie am Ende 7, 8 Punkte Rückstand hat auf den Tabellen 16. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass alle Mannschaften nahezu bis zum vielleicht 32., 33. Spieltagen Chancen haben, vielleicht sogar bis zum letzten. Und deswegen fällt es natürlich auch aktuell sehr, sehr schwer, das Ganze zu prognostizieren. Trotzdem fand ich es mal ganz interessant, kurz und kompakt auf dieses eine Thema Abstiegskampf in der 2. Bundesliga zu blicken. Ich glaube, Karlsruhe und Regensburg wird es aktuell am ehesten erwischen, weil mich dort weder die Transfers noch die Formkurve überzeugt, dass es noch was geben kann. Weil ich aber eben auch glaube, dass es Mannschaften wie Magdeburg oder Braunschweig und Sandhausen in ihren Verhältnissen einfach besser machen. Und dass sich am Ende Mannschaften wie vielleicht auch Nürnberg und Bielefeld aufgrund ihrer höheren individuellen Qualität über kurz oder lang wieder so steigern werden, dass sie eben nicht absteigen. Und jetzt interessiert mich abschließend nochmal eure Meinung extrem. Was denkt ihr, wie entwickelt sich der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga? Ich hatte es da schon angerissen. Ich glaube, das Teilnehmerfeld wird sich so ein bisschen zusammenziehen, dass vielleicht auch 2-3 Vereine weiter nach oben klettern und erst mal nicht mehr mit dabei sind. Davon gehe ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen aus. Und was denkt ihr, welche Teams bleiben unten mit dabei? Und wer steigt am Ende in die 3. Liga ab? All das könnt ihr mal gerne kommentieren und natürlich auch, wie ihr das Video fandet, eine große Analyse zum 2. Liga-Abstiegskampf. Wird genau das gleiche nochmal für den Aufstiegskampf machen und natürlich auch in der Bundesliga mit Abstiegskampf, internationale Plätze und natürlich auch aktuell die Meisterschale. Also schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.